Angst- und Panikattacken, die können deinen Alltag massiv einschränken, sind wirklich fürchterlich für alle Betroffenen und mit einer ganz einfachen Technik kann es sein, dass du Ängste und auch Panikattacken innerhalb von wenigen Sekunden schnell beenden kannst. Für diese Technik schauen wir uns mal die Meridiane aus der traditionell chinesischen Medizin an. Das ist im Grunde dieser Themenkomplex, wo dann auch die Ärzte oder die Therapeuten gerne die Akupunkturnadeln setzen. Die Meridiane sind sogenannte Energiebahnen, Energiekreisläufe, die jeweils auf diesen Bahnen auch gewisse Energieknoten, Energiepunkte haben. Und da gibt es einen besonderen Punkt, nämlich den Punkt Lunge 1 auf der linken Seite. Dies ist quasi der Start einer dieser Energiebahnen und die Manipulation dieses Punktes kann tatsächlich dazu führen, dass wenn du unter Angst oder einer Panikattacke leidest mit entsprechenden Symptomen wie Herzrasen, Schweißausbrüchen, verschnellerte Atmung, dass diese Symptome ganz schnell wieder verschwinden. So, wo befindet sich dieser Punkt Lunge 1? Wir haben eben schon gesagt, auf der linken Seite, und zwar befindet sich der Punkt einmal unterhalb des Schlüsselbeins, das ist der Knochen hier. Da gehst du quasi sehr weit Richtung deiner Achselhöhle und da bildet im Grunde der Muskel des Oberarms und der Brustmuskel eine Art Dreieck mit dem Schlüsselbein. Und dann landest du hier wie in einer kleinen Kuhle. Und was du jetzt machst, ist, dass du diesen Punkt mit ein ganz bisschen Druck leicht kreisend massierst. Dies kannst du so circa 20 bis 30 Sekunden tun und guck mal, was passiert. Natürlich kannst du auch mal probieren, diesen Punkt regelmäßig zu massieren, zu behandeln, falls du unter regelmäßig auftretenden Panikattacken oder Ängsten leidest. Und vielleicht schaffst du es ja auch dadurch, die Häufigkeit oder die Intensität etwas zu verringern. Zum Thema Angst haben wir auch schon andere Lösungsvorschläge auf unserem Kanal präsentiert, unter anderem durch gewisse Nährstoffmängel, die mit Ängsten und Panikattacken zu tun haben können. Da kannst du einfach mal bei uns auf dem Kanal schauen. Wir verlinken dir mal hier einen Videolink, wo du einfach mal vorbeischauen kannst, um etwas mehr über dieses Thema zu erfahren. Und falls dir dieser Inhalt gefallen hat und du uns unterstützen möchtest, dann freuen wir uns, wenn du uns ein Like und ein Abo dalässt. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.